Herzlich Willkommen zu Finish First, dem deutschen Formel 1 Podcast, gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Breitbart und meiner Wenigkeit Pascal Hinz und wir haben wieder eine neue Folge. Es war Heimrennen. Forza Ferrari! Ich habe mich so gefreut. Pole Position und wir kommen da gleich direkt zu. Ich bin so aufgeregt durch diese Folge. Ich habe so viel zu erzählen. Legen wir direkt los, würde ich sagen, oder? Training? Nein, Training lassen wir weg. Doch, wir können da auf jeden Fall eine Sache vorher schon mal sagen. Im Training sah Ferrari schon vielversprechend aus, nämlich waren die die ganze Zeit ganz weit oben und ich habe schon gedacht, ausgezeichnete Paystar bei den Ferraris. Bei beiden? Ja, bei Science muss man sagen, auf jeden Fall. Aber der war das ganze Wochenende, muss man schon leider sagen, ausnahmsweise besser. Meine Prediction, Junge. Ich wusste, dass der Science es macht. Ja, ich weiß. Und ich habe gesagt, Paris auf zwei. Also, theoretisch. Okay, fangen wir mal an. Qualify? Qualify. Ja, Qualify, Q1. Q1. Williams. Erstmal zum Format beim Qualify. Wir hatten jetzt schon wieder dasselbe Format, was sie ja bei zwei, drei Rennen davor mal ausprobiert haben, dass hier das Q1 mit Hard gestartet wird, dann auf Medium bei Q2 und Q3 im Soft. Genau. Und du bist so begeistert davon, oder? Du, ich sage mal so, das war jetzt bis jetzt alles, was wir gesehen haben, war jetzt nicht so schlecht, oder? Nö, nö, gerade jetzt auch so, weil manchen Autos oder Teams ja auch eher die Harten dann liegen und so und sie können sich dann wenigstens so ein Stückchen nach oben arbeiten. Deswegen ist das ganz gut. Ja, ich hatte eben schon angesprochen, Williams fand ich schon überragend wieder. Also, man hat ja letzte Woche gesagt, dass das definitiv wieder eine Strecke sein wird mit den vielen Topspeeds, dass der Williams da auf jeden Fall gut gehen wird. Und ich hatte recht, es ist wirklich so gewesen. Williams war wieder ganz, ganz stark. Ja, auch stark war auf jeden Fall zu sehen, dass der Hülkenberg es trotzdem noch geschafft hat im Q2, obwohl Magnussen ja direkt rausgeflogen ist. Und wenn wir nachher auf das Rennen gucken, dann würden wir auch sehen, wie stark diese Qualifikation eigentlich war von Hülkenberg, weil der Haas war leider komplett mies, muss man ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, da können wir vielleicht kurz mal anschneiden für die, die das Interview gesehen haben. Es gab ein berüchtigtes Interview nach dem Rennen von Hülkenberg. Und meine Güte, ich habe den selten, der ist ja eigentlich immer relativ gechillt. Ich habe den einmal gesehen, wie der sich abgefuckt hat gegen Magnussen. Von wegen, sag mal Bors, hat ja der Magnussen damals gesagt. Hat er es aber schon Jahre her. Genau, da hat er sich ja komplett aufgeregt von wegen, ja, der schlechteste Fahrer, was so die Freundlichkeit angeht auf der Strecke, keine Fairness und so. Und jetzt meinte er, meine Güte, wir sind unterirdisch schlecht. Also da kann ich nochmal sagen, wenn du das deinem Team sagst, das hört der Günter Steiner besonders nicht gerne, denke ich. Ja, vor allem, er hat ja vor kurzem den Vertrag verlängert. Naja, der hat sich so gedacht, ich unterschreibe jetzt nochmal und dann zahle ich jetzt alles an. Ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, mein Beileid. Und jetzt hat er, weißt er, hättest er ja so gegen das Team ab. Und da denke ich mir so, du hast jetzt vor kurzem den Vertrag erst verlängert. Also wieso hast du dann überhaupt einen Stempel drunter gesetzt? Weil das Team wird nicht besser. Und er hatte, du meinst ja gerade bei dem Interview, dass er da schon echt dagegen geschossen hat. Das ist aber nicht das erste Mal. Ja, aber er hat auch Gründe gehabt. Weißt du, dass Haas das einzige Team war, was keinerlei Updates gebracht hat. Keinerlei. Und die hatten im letzten Rennen, im Holland-Rennen hatten die einen neuen Frontflügel gebracht mit mehr Abtrieb. Genau, das hat er doch gesagt und das wurde aber nicht weitergeführt. Doch, die haben denselben Flügel mit mehr Abtrieb nach Monza gebracht, aber dazu keinen passenden Heckflügel gehabt. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen amateurhaft, muss man ehrlich schon sagen. Aber der Höckenberg hat das auf der Zunge, die richtigen Wörter dafür. Also ich finde das schon ganz gut, dass er immer so ehrlich ist. Und wie gesagt, ich hatte auch schon andere Interviews von ihm gehört, wo er dann halt auch kein gutes Wort dagelassen hat. Aber weiter so. Direkt sympathisch geworden. Ja, das ist ja auch Höckenberg. Spricht gegen Steiner, da bist du direkt dabei. Ja, explizit gegen Steiner hat er nichts gesagt. Aber der macht das halt so ein bisschen verbogen. Ist ja Steiners Führung irgendwie. Ja, klar, natürlich. Der hat ja mitentschieden, dass jetzt keine Updates bringen, denke ich mal. Der hat jetzt nicht nur gesagt, ey Gene, ey Gene. Okay, gehen wir noch mal ganz kurz eben auf die beiden Alpins ein. Die sind nämlich ganz unterirdisch, so wie der Höckenberg das sagen würde. Direkt schon rausgeflogen. Beide Autos raus in Q1. Was war denn da los? Ja, einfach schlecht. Das Auto ging nicht. Die hatten zwar Teile mitgebracht, aber man hat es ja auch im Rennen gesehen. Das Auto war leider nicht da, wo es hätte sein sollen. Ja, irgendwie nicht auf die Strecke irgendwie zugeschnitten, das Auto, ne? Nein, nein, absolut nicht. Weil jetzt beim letzten Grand Prix in Frankfurt hat alles funktioniert. Jetzt kommt eine Speedstrecke. Komisch, komisch. Naja, Q2 können wir dann leider das rausnehmen, was wir gerade eben gesagt haben. Nämlich da hat dann Höckenberg auch keine Chance mehr gehabt. Ist mit P13 dann leider wirklich rausgeflogen. Mehr ging dann wirklich nicht. Letzte Rille gefahren. Wer auch letzte Rille gefahren ist, ist der Teamkollege von Yuki Tsunoda, der tolle Ersatz für Ricciardo. Und ich muss sagen, der wird mir immer sympathischer. Ich glaube, dem Yuki wird er nicht sympathisch. Und vor allem gerade im internen Duell. Wenn du jetzt das erste Mal in einem Formel 1 Auto sitzt und du hast dann da einen erfahrenen Yuki, sag ich mal, der ist ja auch zwar noch jung, aber gegenüber Lawson. Und du beweist dich da schon, also es waren 15 Hundertste nur. Also das ist ja nichts. Das ist schon eine starke Leistung von Lawson. Ja, absolut. Also super Geschichte. Der Nächste, der natürlich so eine Geschichte wieder mal war oder geschrieben hat, war Albin in Q3. Wie immer. Meine Güte, ey. Da habe ich mal wieder gedacht, der ist ja ein... Auch ein absoluter Qualify-Fahrer, ne? Ja. Aber auch im Rennen zeigt er sich. Aber was Gutes für Mick. Wir hatten ja letzte Woche den Sargent so gelobt. Mick, das war nur eine einmalige Geschichte. Nämlich er ist schon wieder in Q2 rausgeflogen, während Albin richtig vorne mitgefahren ist. Hast du das jetzt gerade so in die Kamera gesagt, so von wegen, Mick, wenn du das siehst, ne? Ja, klar. Wenn du das siehst, kommst du mal vorbei in einem Podcast, kriegst ein Käffchen. Wir haben noch gar nicht die neue Regel angesprochen. Nämlich gab es eine Renndirektion von der FIA, von der FIA. Und zwar ist es so, dass sie dieses Jahr mit dem neuen Reglement auch eingeschrieben haben, dass sie kurzfristige, kleinere Änderungen ohne Abstimmung der Teams einfach mal veranlassen dürfen. Also quasi die schreibenden Artikel, an das muss sich dieses Wochenende extrem gehalten werden. Und dann ist rausgekommen, die letzten Jahre, wenn wir die gesehen haben, in Monza war ja immer der Riesenstau, die ganzen Autos hintereinander. Wir hatten es teilweise so, dass von 20 Autos vielleicht 5, 6 noch eine neue Runde anfangen konnten und der Rest dann eben nicht mehr, weil die Zeit der Harmonika-Effekt in Winza langsamer werden, ne? Ja. Es ging ja schon so weit, als ob der Russell sich dann verbremst hätte oder hat es so getan. Ich weiß nicht, ob es Russell oder Vettel war. Aber irgendeiner hat das mal gemacht, hat nur so getan und hat dann alle anderen vorbeigelassen, damit er sich wieder in den Windschatten, weil darum geht es eigentlich, es geht immer um den Windschatten in Monza, ja quasi dann perfekt einordnen konnte und hat es am Ende dann nicht mehr über die Ziellinie geschafft. So, dementsprechend, um das ein bisschen vorzubeugen, gab es dann diese neue Renndirektion. Zwischen der Safety Car-Linie 2 und 1 durfte die Zeit nicht länger sein als 1 Minute 41, es sei denn, und das ist eine Geschichte, auf die müssen wir gleich eingehen, da hat nämlich Ferrari von profitiert. Die Rennleitung würde das bestrafen, es sei denn, es werden außergewöhnliche Umstände dazu geführt haben, dass im Endeffekt diese 1,41 nicht eingehalten werden konnten. So, und warum sage ich das? Wir können jetzt direkt mal in Q3 gehen. Ferrari hat die Pol geholt und Sainz war ganz vorne dabei, hat den Verstappen geschlagen. Und dass ich das nochmal diese Saison sehe, dass Verstappen von Ferrari geschlagen wird, ich hätte mir lieber Leclerc gewünscht, aber Sainz, Mann, geil, geil. Und wollen wir am liebsten mal im Rennen, ne? Ja, und ich sage mal, Leclerc ja auch nah dran, nah dran. Also die waren ja ganz, 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 ganz knapp da vorne. Ich glaube, der Leclerc hatte 7 Zehntel oder sowas, das war, äh. Ich meine, wir haben das jetzt beim Rennen, finde ich, äh, beim Qualifying, finde ich, konnte man das eigentlich schon mal so richtig sehen, dass der Motor von einem Ferrari eigentlich, wenn er da sein muss, ist er da. Ja, absolut, absolut. Also das ist eigentlich gar nicht das Problem, ne, bei dem, beim Ferrari. Ja. Also spätestens, aber dann war, also ich meine, uns war ja allen trotzdem klar jetzt, klar, Pole, Sainz, mega, aber auf wie viele Runden fuhren sie, äh, ich glaube, 54 oder sowas? Insgesamt am Rennen, huh, gute Frage. Ne, aber auf jeden Fall, äh, auf die ganze Rundenzeit gesehen, das zu halten, den Platz 1 gegenüber dem Max. Das wäre, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Ne, deswegen ja, ne, da sind wir uns ja alle einig. Ja, aber ich sage mal, das hatten wir damals oder zu dem Zeitpunkt, als er die Pole geholfen hat, wollte er, dass kein anderer Trefo sie wahrhaben. Die haben alle gefeiert, als hätte der schon das Rennen gewonnen. Das war ja wohl geil, ich habe Gänsehaut bekommen. Und, äh, man muss ja eine Sache sagen, ich hatte es gerade erwähnt mit dieser technischen Direktive, wie auch immer man das nennt, ähm, Ferrari hat sie richtig Glück gehabt, weil die waren beide auf der Vorbereitungszeit länger als 1,41. Was hat die dann rausgehauen? Genau, jetzt fragst du dich, warum haben sie keine Strafe bekommen? Das wurde nämlich auch angezeigt, dass die untersucht werden. Und meistens ist es so, wenn man irgendwo sieht, dass die Vier was untersucht, dann haben die meistens einen Grund, das zu untersuchen. Ja, äh, de facto ist es so, dass aber beide Platz machen mussten, weil schnellere Autos hinter ihnen kamen. Und das ist ein außergewöhnlicher Umstand. Wir mussten so oft Platz machen, dass die Zeit einfach nicht gehalten werden konnte von 1,41. Also war die blaue Flagge im Spiel? Naja, nee, es gibt ja keine blaue Flagge beim Rennen, aber es war halt so ein, äh, beim Qualifyen, sondern die werden ja vom Team, äh, kriegen die ja die Nachricht, ey, pass auf, hinter dir kommt jemand, äh, ist gerade auf seiner schnellen Runde, geht zur Seite. Und das hat die rausgehauen. Also die sind de facto nicht absichtlich langsamer gefahren. Ja, okay, dann hatten sie auch die Argumente. Genau, und hat deswegen auch keine Strafe, also alles fair gelaufen. Ähm, Piastri hat Norris geschlagen, das war natürlich auch eine krasse Geschichte. Äh, zu dem, äh, müssen wir sowieso nachher kommen. Der, weiß ich nicht, hat der denn ein gutes Wochenende, ein schlechtes Wochenende? Bin ich mal gespannt, was du dazu gleich sagst. Aber bevor wir das angehen, Russell, da willst du bestimmt wieder was zu sagen. Ja, Russell hat sich, äh, für die zweite Reihe, äh, einordnen können. Was sich gefreut, wa? Natürlich, klar, also ich meine, das viertschnellste Auto, äh, am Grid und, äh, Paris hinter sich gelassen, Nehmet hinter sich gelassen. Ja. Also bitte mehr davon, Russell, bitte. Also, wunderbar. Absolut. So, ich sag mal, eine letzte Geschichte, die wir vielleicht kurz nochmal generell als Statement rausbringen können. Wir sind ja immer für Fairness in dem Sport. Ich bin auch so ein Mensch, der vor dem Fernseher sitzt und dann mal sagt, da hat er, mhm, mhm, Fahrer und toll, dass Ferrari gewinnt oder scheiße, in dem Fall, wenn das nicht gut läuft, ne. Aber grundsätzlich kann man einfach, finde ich, ähm, muss man sich das, äh, mal anschauen, wenn die Leute dann, äh, teilweise die richtig ausbuhen und beschimpfen, live vor Ort, das macht man einfach nicht. Das macht man in keiner Sportart. Also das hatten die ja mit Verstappen gemacht. Genau, das hatten die mit Verstappen gemacht, darauf wollte ich hinaus, weil, ich sag mal, Verstappen wurde ja ausgebucht, auch zu der Zeit, Hamilton gegen Verstappen, haben die Hamilton, die Engländer-Fans, äh, alle Verstappen ausgebucht. Ja, okay, und in Spielberg war es umgekehrt, da wurde Hamilton, aber da hatten die das auch eine große, weißt du, weil, ich meine, die sind ja nicht P1, P2, P3, weil es dahin geflogen ist, ja, sondern die haben ja dafür gearbeitet, das ist deren Sport, das ist, ob die jetzt Sympathie haben oder nicht, aber letztendlich machen die für sein eigenes Team alles richtig und sind da gelandet. Ja, vor allem das Ding ist ja auch, wie. Das sollte man doch irgendwie respektieren, finde ich. Ja, vor allem auch, wie hat der Verstappen es auf P1 geschafft, das war ja jetzt nichts Unsportliches auf dem Feld selber. P2 meinst du? Entschuldigung, Entschuldigung, auf P2. Gewohnheit, ne, Gewohnheit. Ja, Gewohnheit, aber es ist ja nichts Unsportliches auf der Strecke passiert, wenn da was wäre zum Beispiel, dann könnte man dann pfiffen, also, weiß ich nicht, so wegen Unsportlichkeit oder sowas. Hatten wir ja mit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Vettel und Quert. Quert, ja. Quert, ja, mit dem Torpedo. Genau, mit dem Torpedo. Also, das sind so Sachen, da würde ich das dann eher verstehen, weil es war einfach unsportlich, das Verhalten damals. Ne, aber bei Max, ich meine, der kann gar nicht unsportlich reagieren, weil, ich meine, gerade beim Qualifying, du fährst halt deine Runde, ne. Ja, ja, du kannst einem im Weg stehen und so, ne, aber gut. Ja, das hat den Max ja eh nicht möglich, ne. Ich wollte gerade sagen, da holt er sich raus, ne. Ja. Gut, gehen wir mal ins Rennen. Ja, Rennen. Ich glaube, so lange haben wir noch nie über das Qualifying gesprochen, aber es war halt auch einfach ein geiles Wochenende, muss man dazu mal sagen, Leute. Absolut, absolut, also, vor allem das Rennen, das ist ja noch geiler gewesen. Genau, wie fandst du denn den Start? Also, der Start, der hat sich verschoben, genau. Ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich auch nicht live verfolgen können, weil ich hatte, ja, mein Verein hat ja auch Fußball gespielt. Und da dachte ich mir so, ich habe die Aufnahme betätigt und dann dachte ich mir, ne, wenn die Verzögerung jetzt da drin ist, nicht, dass das ganze Rennen nicht aufgenommen wurde, aber alles gut, ich habe das ganze Rennen gucken können. Perfekt, perfekt. Und, ja, Yuki hatte irgendein technisches Problem, der musste sein Auto ganz früh abstellen. Ja, hat es gequalmt auf einmal. Was er jetzt genau war, weiß ich jetzt nicht, aber der hat auf jeden Fall, der konnte nicht mehr weiterfahren. Ne, das stimmt, der hatte wohl irgendwie, das Anti-Stall ist wohl die ganze Zeit angegangen, also, das ist dieses System, das das Auto nicht abwirkt. Ansonsten, aber ansonsten kamen alle sehr gut weg, vor allem auch der Hülkenberg, der hat einen Megastart hingelegt. Und beim Leclerc, da war, glaube ich, so ein bisschen Anspannung. Bei mir? Oh. Nein, nein, beim Leclerc selber auch. Bei mir aber auch. Bei dir auch? Ich habe mir direkt erstmal ein Ginger-Ell geholt. Achso, nachdem er seinen Funk ja ausgesprungen hat, war die Anspannung bei dir wahrscheinlich auch da. Ja, okay, klar. Ich habe nur dieses gehört und dann, ich habe Probleme bei den Rechtskurven, der es lenkt falsch, check mal das Auto und ich dachte mir nur so, nein, nein. Aber alles gut, es ist nichts passiert, es war alles in Ordnung und der Leclerc konnte das ganze Rennen absolvieren. Ja, also Hülkenberg dann von P13 auf P10, das war natürlich ein Hammerhammer-Start, muss man sagen. Direkt in die Punkte? Ja, aber auch generell so der Racing-Verlauf am Anfang, die ersten 15 Runden, habe ich gedacht, das ist das Rennen diese Saison. Was war das für eine Verteidigung von Sons? Ja, wir müssen darüber reden. Boah, war das geil. Weißt du, was mich das erinnert hat? An die Geschichte Paris gegen Hamilton in Abu Dhabi. Ja. Boah, das war so gleichwertig. Der hat sich so breit gemacht, aber fair breit gemacht auf der Strecke. Hammer, hammer geil. Ich hatte ja gedacht, das können wir ja jetzt mal vorab schon mal sagen, es gibt ja diese Verschwörungstheorie. Seit drei Jahren hat es ja keiner mehr geschafft, wenn er das letzte Rennen gewonnen hatte, das Rennen danach in Monza quasi zu Ende zu fahren. Da gab es so diesen Fluch von Monza und natürlich auch ein Fluch hält Verstappen nicht auf. Ja, aber eigentlich wäre es schön gewesen, dann hätten wir uns sicher freuen können. Ja, aber ich habe gedacht, pass auf. Obwohl, dann wäre es ein Paris-Sieg geworden wahrscheinlich. Ja, das kann sein, ja. Aber ich habe gedacht, nicht zu Ende fahren, okay, verstehe. Dann bedeutet das ja nicht immer zwangsläufig, dass er schuld ist, dass es nicht zu Ende fährt, wenn dieser Fluch bestehen würde. Und ich habe schon gedacht, oh, der Sainz, der haut den Verstappen raus. Aber gefeiert hätte ich es auch nicht. Das wäre nicht fair gewesen. Aber pass auf, die hatten bei den 15 Runden, also ich meine, es hat 15 Runden gedauert, bis der Verstappen ja an Sainz vorbeikam. Das war schon mal, also eine mega Glanzleistung. Wobei man dazu aber sagen muss, hör mal, ich glaube schon, dass der Verstappen auch früher vorbeigekommen wäre. Der hat sich nur das angeguckt. Das Team hat ihm ja auch einfach gesagt, die Hinterreifen fangen an, Probleme zu machen. Ja, und dazu will ich jetzt mal kommen. Weil die Kommentatoren meinten die ganze Zeit so, ja, der Reifenverschleiß bei Ferrari, wenn der das so weitermacht oder so, das frisst der Reifen. Und ich schenke mir so, Junge, der Max, der fährt ganze Zeit in der Dirty Air. Warum redet denn keiner über den Reifenverschleiß bei Max? Weil der Red Bull zu überkrass ist. Ja, aber das ist trotzdem irgendwie, weil wenn du freie Fahrt hast als Sainz, ist der Reifenverschleiß ja erstmal minimal. Ja, aber der ist ja komplett ans Limit gegangen, damit der nicht vorbeikommt. Deswegen, da ist alles anders als minimal. Das zeigt ja schon, also, Mann, was haben die denn da für ein Auto gebaut, ey? Jetzt weißt du mal, wie es ist. Das fangt doch übertrieben ab. Ich dachte mir, der Sainz könnte das 30 Runden machen. Meine Gedanken, Leute. Der könnte das 30 Runden machen, der Sainz. Der würde am Ende so schwitzen und der Festabend hätte in der Zwischenzeit schon sich einen Burger geholt bei Meckes oder so, ne? Weil der frisst ja gar keinen Reifen. Ich verstehe das nicht. Das ist unfair hoch 10, das Auto. Ja, ja, ja. Es hat ja, also, sei die Leistung von Max mal dahingestellt. Der ist ja auch ein mega Fahrer. Ja, der hat es auch richtig groß. Aber das Auto schenkt dem halt auch viel. Du hast kaum Verschleiß, kaum. Ja, ja, ist krass, ist krass, ist echt krass. Und ich sag mal, er hat ja dann auch wirklich ein starkes Rennen dann quasi generell auch abgeliefert. Du hast ja gesehen, sobald der Verstappen dran vorbei war, da ging es wieder zwei, drei, vier Sekunden. Der hat ja pro Runde im Mittelsektor eine Sekunde auf den Sainz gut gemacht. Eine Sekunde im Mittelsektor, nicht mal auf die Runde. Im Mittelsektor. Also, überleg dir mal, wie übertrieben krass dieses Auto sein muss, dass der so schnell dann auch wegziehen kann. Und man muss ja auch sagen, wenn es ein Paris schafft, ohne Disrespect, dann auf P2 so einfach zu kommen. Ich meine, so ganz einfach war es nicht. Da war auch ein Fight. Aber man muss schon sagen, da war schon ein Klassenunterschied. Also hast du den, wenn du den Kampf gesehen hast, Verstappen gegen Sainz und dann Peres gegen Leclerc und Peres gegen Sainz. Erstmal muss man sagen, die Ferraris haben sich viel weniger gewehrt. Aber zweitens muss man sagen, trotzdem, dass sie sich weniger gewehrt haben, hat der Peres es ja viel schwerer gehabt. Aber warte mal, du redest jetzt von Leclerc gegen Peres und Sainz gegen Peres. Es gab ja noch ein Duell davor. Weil es ging 15 Runden lang ging das Duell Verstappen gegen Sainz. Und direkt dahinter war Peres gegen Russell. Das ging 16 Runden lang. Auch der Russell hat den Peres nicht durchgelassen. Was auch ein sehr geiles Fighting war. Aber ich meine, das bin ich von Russell auch gewohnt. Der ist halt einer, der macht sich extrem breit auf der Strecke, wenn er verteidigen muss. Der macht das auch sehr gut. Und ja, da war auch mein Herz am Tanzen. Ja, das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Gut, aber wie gesagt, das sind halt wirklich zwei... Und dann gab es noch die Aktion mit Peres und Russell. In einer Situation, der hatte mehrmals den Notausgang nehmen müssen. Und natürlich, es war einmal auf jeden Fall, da hatten die beide den Notausgang genommen. Und ich weiß nicht, das muss man gesehen haben. Jedenfalls kam dann der Funk, he pushed me off. Natürlich kommt der. Und wir gucken uns die Wiederholung an. Da konnte er gar nicht ihn rauspushen, weil er war zuerst in der Kurve, der Russell, und musste selber ausweichen. Beide standen halt sehr spät auf der Bremse. Beide waren so raus. Ja, der Peres war viel schneller als der Russell in dem Moment. Der ist viel, viel schneller in die Kurve gefahren. Und der hat sich halt verbremst. Ja, genau, genau. Und sag dann, pusht mir auf. Aber ich sage dir ehrlich, ich glaube, der Russell hätte es auch geschafft, die Kurve zu kriegen. Der ist in der Exter dann auch rausgefahren, damit er nicht zu viel Verlust... Zeit verliert. Ja, okay. ...auf Peres macht, glaube ich. Rein taktisch gesehen. Das kann sein. Aber, ja, okay. Aber ich sage mal, das war ja öfter mal so. Also generell, ich finde ja Monza so eine geile Strecke, wenn du da überlegst, wie geile Überholmanöver wir schon gesehen haben. Vor allem in der ersten Kurve. Aber nichtsdestotrotz, also wenn du da jetzt live vor Ort bist, ich hatte dann direkt immer drüber nachgedacht. Ich meinte, es war jetzt in Zandvoort live. Wer es noch nicht gehört hat, letzte Folge. Jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt geht es los. Nee, aber dann dachte ich mir so, wo willst du denn jetzt sitzen im Monza? Und in dem ganzen Rennen gab es eigentlich nur eine Situation, wo überholt wurde. Und das war Startziel, also kurz nach Startziel in Kurve 1. Naja, da würde ich mich auch umsetzen. Danach, ja, aber danach gab es auch gar keine Überholmanöver. Doch, doch. Mein Gott. Manöver, da ist er wieder. Jedes Mal. Einfach geil. Das wird echt, ich hänge irgendwann eigentlich mal so ein Mövenbild auf. Überholmanöver. Manöver. Das bleibt im Kopf. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Prickelt in den Bauchnabel. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Das weiß ich auch nicht. Bei mir war es eine Radiowerbung. Ja, ja. Bei mir glaube ich auch. Oder nee, war Fernsehwerbung. Ist auch egal. Gut, wir haben dann jetzt über die Fights gesprochen, aber nur zwischen Red Bull und Ferrari, aber nicht zwischen Ferrari und Ferrari. Und ich sage mal, da müssen wir ja wohl mal drauf kommen. Das sind wir aber schon bei den letzten Runden, ne? Ja, auf jeden Fall. Willst du noch vorher? Ja, ich würde eigentlich noch. Ah, die Piastri-Geschichte. Die Piastri-Geschichte, genau. Da wolltest du nämlich vorher, da hat sie ja im Qualifying schon was auf dem Schirm, ne? Genau. Jetzt, gut, dass du mich wieder auf den roten Faden gebracht hast. Also Piastri, wir müssen auf jeden Fall mal über den Kerl reden. Erst mal. Fängt schon gut an. Ja, erst mal schlägt er den Norris im Qualifying. Da denkst du dir, wow, krass, der Junge hat es anscheinend echt drauf. Dann ist er in die Box gerufen worden, nachdem Norris in die Box gerufen worden ist. In dem Fall war Norris dann über einen Undercut vor ihm an ihm vorbei. Obwohl Norris eigentlich, bevor er geboxt worden ist, also er war der Hinterliegende. Eigentlich ist es normalerweise so, dass das Team immer den besser liegenden Fahrer, der vorne liegt, als erst boxt und dann den zweiten. Aber hier war es genau andersrum, was dann dazu geführt hat. Das war übrigens dasselbe auch in Zandvoort mit den beiden Red Bulls, Paris und Verstappen. Dass es einen Fahrerswitch intern im Team gab und auf einmal war der Norris wieder vorne und der Piastri war dahinter. Hat das nichts mit einer Team-Order zu tun? Nee, nee, das haben die gemacht, weil in der Theorie kann man das als Team-Order genauso machen. Aber die haben das so gemacht, weil sie sich abdecken wollten auf die dahinterliegenden, da sonst der Norris Plätze verloren hätte. Und so sind sie in der Theorie beide McLaren auf denselben Plätzen gewesen, nur die Fahrer auf verschiedenen Plätzen. Nur die haben gewechselt, weißt du? So, und Norris war dann ja eigentlich mehr oder weniger unverdient, weil er hat es ja nicht direkt geschafft, an Piastri vorbeizukommen vor ihm. Und als Piastri dann aus der Box rausgefahren ist, dann gab es ja da eine Berührung zwischen den beiden, zwischen Norris und Piastri. Und ich frage mich, das würde ich gerne mal von dir wissen, war das ein unfaires Manöver oder war das einfach, ich sag mal, eine Geschichte, wo du ihn verstehen kannst? Hör mal, die pitten ihn als erstes, obwohl er hinter mir ist, auf einmal ist er vor mir. Ich gebe jetzt alles, um direkt aus der Box rauszukommen und in die Kurve reinzuknallen. Ach, die Aktion. Ja, ja, genau. Ah, ja, ja, ja. Ich meine, wir haben ja jetzt hier ein internes Duell und Piastri will sich halt auch beweisen. Und es ist ja immer noch Racing. Da geht man ja auch ein bisschen Risiko auch ruhig mit. Also ich weiß, klar, für das Team gefällt es nicht. Aber ich meine, immer für den Individuellen, ich meine, wir hatten es auch zum Ende, da kommen wir auch später noch zu, bei Ferrari. Ja. Aber seit wie vielen Jahren hat man das, diese internen Duelle, die trotzdem heiß laufen, sei es damals mit Ricciaron. Die Frage war ja, fair oder nicht fair. Was? Ey, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde die Frage, fair oder nicht fair, finde ich halt eigentlich irgendwie, die steht ja nicht im Raum. Bist du ja kein Rennleiter, ne? Nein, aber die steht ja nicht im Raum, weil ich meine, für den Piastri ist das halt einfach Racing. Der will halt trotzdem an ihm vorbei. Ja, ja. Soll er aus fair, wenn wir jetzt auf Fairness gehen, würde es ja heißen, er ist mein Teamkollege, ich lasse ihn vor. Genau. Das macht ja keinen Sinn, das ist ja immer noch Racing. Weißt du, du willst ja selber auch Erster werden. Also ich muss sagen, ich fand es, den Teil fand ich auch fair. Mhm. Und dann kam die zweite Geschichte mit Hamilton. Und da muss ich dir sagen, von Hamilton aus seiner Sicht, das war nicht fair. Das war wirklich Push-Me-Off. Ja. Das war wirklich Push-Me-Off. Und da kann ich auch sagen, verdient dann, dass er die fünf Sekunden-Klasse bekommen hat. Das unterschreibst du, das unterschreibe ich, das unterschreibt Hamilton selber sogar auch. Ja, er hat sich auch entschuldigt. Er hat sich auch entschuldigt, ne? Das habe ich auch selten von ihm gehört, eine Entschuldigung, aber. Hat er dich noch nie bei dir entschuldigt? Nein. Mann. Auf jeden Fall, P6 hat er am Endeffekt dann doch noch geschafft, trotz Strafe der Hamilton. Für mich, ich hatte mich gefragt am Ende des Rennens, hatte ich mich gefragt, wer wird für mich der Fahrer des Tages? Und ich dachte, ich sagte zu mir, wenn der Hamilton jetzt diese fünf Sekunden noch rausfährt, weil der war hinter Norris und Albon und der war in einer DS, in so einem DS-Zug, wo du halt super schwer rauskommst. Also viele Rennen haben das ja schon gezeigt, da kommst du kaum raus. Und er hat sie beide irgendwie gekriegt und hat dann noch zu Albon, hat er dann noch, weiß ich nicht, sechs Sekunden rausgefahren. P6 gesichert. Ja. Also Fahrer des Tages für dich. Nein, nein, es ist doch am Ende, am Ende ist es doch Science geworden, weil dieses Verteidigungsmanöver und er musste die ersten 15 Runden verteidigen, er musste aber auch die letzten fünf bis zehn Runden verteidigen gegen seinen eigenen Teamkollegen. Leute, ich habe echt überlegt, mir ein Defilibrato zu kaufen. Ich habe wirklich da vom Fernseher gesessen, habe gedacht, meine Güte, wenn die sich jetzt noch in die Karre fahren, du musst mal überlegen. Boah, das war aber auch echt sehr oft sehr knapp. Leclerc hat gerade einen Vertrag unterschrieben, oder das heißt gerade schon was länger, aber einen Vertrag unterschrieben, der längste Vertrag bei Ferrari jemals, glaube ich, 150 Millionen oder so. Das ist so quasi 1.000 Euro für jeden, der da sitzt. Und ich stelle dir mal vor, der kommt auf die Idee, der das Team sagt, no risk, no risk. Und er denkt sich so, no reward. Und gibt Vollgas einfach. Ey, der Typ, ohne Scheiß, dafür liebe ich dich, der einfach, der gibt ja nicht auf. Der wollte unbedingt an Sainz vorbei und auf dieses Podium wieder. Er hat es ja schon mal geschafft, da zu gewinnen. Er weiß, wie das Podium ist. Sainz weiß es nicht, glaube ich. Ich meine, der war nie da. Und ich sage mal, von Leclerc nicht verwerflich, oder? Also der Sainz ist ja die ganze Zeit schon irgendwie diese ganze Saison irgendwie immer ein Stück näher ran als die letzten Jahre davor. Und jetzt muss ich doch Leclerc mal beweisen, weil er ist ja eigentlich Nummer 1 Fahrer, obwohl es bei Ferrari keinen Nummer 1 Fahrer gibt. Und wenn wir uns jetzt die Standings angucken, ist das auch sehr knapp zwischen den beiden. Ja, ich würde sogar sagen, das ist das Team mit der engsten gleichgültigen Fahrerpaarung. Also wenn man auf die Zahlen und Daten guckt, dann stimmt das halt einfach auch. Dann denkst du es nicht nur, dann ist es auch bestätigt. Weil ich meine, Sainz hat irgendwie 116 Punkte und dahinter mit 111 Punkten, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist er heute auch schon 117 hat Carlos Sainz und 111 Leclerc. Jetzt siehst du mal, was ich für einen Ferrari-Fernbed nicht kann. Ja, es ist ein 6-Punkte-Unterschied nur, also so knapp ist keine Fahrerpaarung. Vielleicht, Max, fährst du am Opel was? Auf jeden Fall, ja, ich denke auch nicht. Auf jeden Fall, die aller, 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 allerletzte, das letzte Mal, wo der sich komplett mit allen vier verremst hat, hat er auch gedacht, okay, geht eh nur noch eine Runde. Aber ich hatte mich schon gefragt, als sie von Sky gesagt haben, dass der Funk kam. Der Funk kommt ja immer ein bisschen verzögert. Ja, ja, das war vorher schon. Vielleicht war der Funk ja schon vier Runden vorher oder sowas. Ja, das kann sein, das kann sein. Dann war das schon, da war schon dann hartes Racing, was er dann da an den Tag gelegt hat. Aber mein Gott, es geht halt ums Podium. Ja, das Podium hat sonst noch belegt, wie meine Prediction im letzten Rennen, äh, letzten Rennen, im letzten Podcast vor dem Rennen tatsächlich, wie sagt man, vorgegeben hat, wie ich es geglaubt habe, wie es passiert. Ähm, ist es auch passiert, Paris P2 und Verstappen, zehnter Sieg, back to back, hintereinander. Meine Güte, das ist Geschichte. Das ist echt Geschichte und das ist ein Applaus wert. Ja, okay, komm. Das hat selbst Hamilton nicht geschafft, egal wie viel Dominanz. Und da muss man sagen, Respekt, ist jetzt an dem, äh, oder hat den nächsten deutschen Rekord abgelöst, mit Vettel dann jetzt nicht mehr auf, äh, gleicher Höhe, beide hatten ja neun Siege davor, sondern jetzt alleiniger und ich vielleicht auch noch demnächst mit immer noch weiter steigenden Siegen, vielleicht mal unerreichbar. Stell dir mal vor, du hast, glaube ich, vor vier, fünf, sechs Podcasts mal gesagt, der gewinnt noch jedes Rennen. Wenn er das macht, kriege ich was von dir, dann geht er doch direkt in die Hall of Fame. Das ist doch krass, aber egal. Auf jeden Fall, Hammergeschichte. Und wieder Doppelsieg, ne, für die, äh. Genau, da will ich gerade drauf zukommen. Und weißt du, was dieser Doppelsieg gebracht hat? Wir haben das nächste Rennen Singapur. Das ist Rennen 16, wenn ich meine, ich von. 15 meine ich. Ich meine 16 von 23. Und, äh, wenn die da genug Punkte bringen, können die nächstes. 15, Leute. 15, ja, der Drecksack. Ja, aber naja. Okay, Rennen 15 von 23 und ich sage dir, äh, oder 22 sind es jetzt, weil das eine ja abgesagt worden ist, aber kannst du gerne auch nochmal nachgucken. Ähm. Ich sage dir, dass ich das gelesen habe, hat mich verwundert, obwohl es eigentlich gar nicht verwunderlich ist. Wenn die beide genug Punkte machen, dann können die in Singapur schon, äh, nicht Fahrer, aber Team-Weltmeister werden. In Singapur. Quasi der, die Hälfte. Pah. Überleg mal, wie krass dominierend die sind. Mehr als doppelt so viele Punkte wie Mercedes, ne? Und. Und was mit dem Weltmeistertitel? Äh, ich glaube in Austin kann der Weltmeister frühestens werden, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema, da reden wir dann drüber, aber das ist schon krass auf jeden Fall, diese Dominanz. Ja, tatsächlich kann der das schon in Katar werden. Echt? Warte mal, Abu Dhabi sind doppelte Punktzahlen, ne? Doppelte Punkte. Ja, manche. Hä? Warum? Das war doch immer so. Die hatten doch statt 25 50 Punkte bekommen. Cut! So, wir haben es nachgeschaut und wer hatte recht? Ja, der Pascal. Ich revidiere meine Aussage. Was wolltest du sagen, der Max? Der Max hat immer recht. Aber ich revidiere meine Aussage, das war dann 2014 und vorher, also. Ich habe es euch gesagt, Leute. Dann habe ich irgendeinen Formel 1 wahrscheinlich mal gespielt von früher und hatte da die Doppel Bittenpunkte. Ja, ja. Aber war auch fucking unfair, muss man sagen, so. Wobei, es würde, glaube ich, eh nichts ändern in der aktuellen Situation. Ja, ja, das sowieso jetzt nicht, okay. Aber kommen wir jetzt mal weiter, weil wir reden jetzt echt lange schon über das Rennen, aber es war halt auch wirklich geil. Es war ein geiles Rennen, Fazit. Ja, Fazit, geiles Rennen. Wollen wir nochmal Monster sehen? Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich würde das jetzt, ah ja, was wir noch sagen müssen. Wir hatten die geilen Liverys von Ferrari und auch von Alfa Romeo und Bottas P10. Punkte für Alfa Romeo. Das gab es lange nicht. Leute, geil. Und ich habe mit ihm ein Foto, kann ich immer wieder sagen, guckt euch die Folge an. Bereit, Spezialfolge. Ja, und Liam Lawson, das muss man auch noch sagen, P11, ganz, ganz knapp an den Punkten vorbei. Direkt hinter Bottas. Hätte den noch gekriegt, hätte Alfa Romeo nichts zu feiern gehabt. Aber Liam Lawson, beziehungsweise Daniel Ricciardo dann auch nichts zu feiern und er schon. Also, auf jeden Fall crazy Geschichte. Was ist das für ein Rookie, ja? So, wir gehen jetzt ins nächste Topic, nämlich Topic 2, RB Max. Und wir reden jetzt einmal und komplett ausführlich auf die einzige Personalie in der Formel 1, die komplett am Dominieren ist. Wir haben eben schon geklatscht und wir müssen ihm trotzdem ein eigenes Feld widmen, weil wir haben viel, viel, viel zu erklären oder zu erzählen. Es ist viel passiert. Vor allen Dingen gibt es einen, der bei diesem ganzen Rubel, Trubel um Max immer noch sehr sauer ist um den verlorenen WM-Titel und das ist Hamilton. Und er ist richtig neidisch auf Verstappen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er hatte so eine Aussage gebracht, seine Teamkollegen, die Hamilton immer hatte, sind immer schwerer gewesen zu schlagen als Peres. Und ich sag mal, okay, in Rosberg stimme ich zu. In Bottas stimme ich nicht so ganz zu. Vielleicht ist Bottas minimal stärker, aber im letzten Jahr war Peres auch viel besser. Ich glaube aber auch beim Bottas, der ist ja sehr vergleichbar mit dem Peres, der hat ihm auch viele Titel zu verdanken, glaube ich. Genau, aber der Unterschied war ja, der Bottas hat ja für ihn gefahren und Peres fährt gegen ihn. Ja, nee, das ist nur dieses Jahr. Vorher hat der Peres auch, ist ja immer für ihn fest abgefahren. Aber trotzdem muss man das halt auch anerkennen. Bottas hat nie wirklich gegen ihn gefahren. Deswegen hat er auch das Team gewechselt, der Bottas. Wieso? Weil er keinen Bock mehr hat in seinem Schatten. Die haben ihn doch gewechselt, die haben doch den Russell geholfen. Ja, aber ich meine, nur im Schatten zu stehen ist halt auch nicht geil. Aber alle anderen Aussagen so, also Fahrer, verstehe ich jetzt nicht. Also ich würde das jetzt nicht sagen. Ich finde, Peres ist auf jeden Fall nicht so ein schlechter Teamkollege, wenn du dir die letzten Jahre anguckst. Der hat nur dieses Jahr einen Wurm drin. Ich glaube, es gibt keinen richtig guten Teamkollegen für Max. Ja, okay. So, alle anderen davor, okay. Die hat er halt alle nass gemacht, muss man ehrlich sagen. Elvin, Gasly, alle. Aber okay, gehen wir nochmal auf die nächste Geschichte, die ich dann erzählen wollte. Jetzt hatten wir den Hamilton, der neidisch ist, aber auch der Toto hatte sich geäußert. Nach dem Rennen nämlich, wir hatten eben über die zehn Siege hintereinander von Verstappen gesprochen. Neben Hamilton war auf jeden Fall noch jemand sehr neidisch, nämlich Hamiltons Teamchef Toto Wolf. Zipapa. Zipapa, Toto Wolf, hat sich natürlich dann auch nochmal sich nicht nehmen lassen, sich nach dem Rennen kritisch zu äußern. Es geht um die zehn Siege, die der Verstappen jetzt als Rekord, alleiniger Rekord in der Formel 1 eingefahren hat, hintereinander. Und Toto Wolf hatte nichts anderes oder nichts Besseres zu tun, als dann zu sagen, ich setze auch mal ein bisschen aus Ärger und aus Neid vielleicht. Ja, das sind zehn Siege, aber die liest man eh nur bei Wikipedia. Da denke ich mir halt, nee Mann, das ist Formel 1 Geschichte. Das liest man nicht nur bei Wikipedia. Das ist was, das weiß man halt, wenn man sich mit Formel 1 auskennt. Machen wir jetzt hier so ein Mercedes-Bashing? Nee, aber das habe ich mir schon gedacht. So unnötig wieder, weißt du? Dann sag nichts, anstatt, also wer bin ich, ihm da was vorzusagen. Aber trotzdem fand ich jetzt einen Kommentar, der war nicht so angebracht. Wie siehst du das? Nein, das passt nicht, aber ich meine, da ist, wie du schon sagst, da ist ein bisschen Frust drin. Oder aus Hamilton's Sicht davor, wenn ich da mich auch kurz nochmal äußern kann, Neid, klar, natürlich, aber was sollen die das Thema auch anschweigen? Aber was ich richtig krass fand, du kannst dich vielleicht noch an diese Mercedes-Dominanz erinnern, wo die dann am Ende so nebeneinander Corso gefahren sind, weil sie alles dominiert haben. Genau das hat Red Bull in Italien auch gemacht, die letzten Runde bis hin zum Podium sind die komplett Corso nebeneinander gefahren. Aber das war aber auch, weil es ein Doppelsieg war, ich meine, man hat mir das letzte Mal einen Doppelsieg. Das sah aber schon böse aus. Das ist der sechste Doppelsieg hintereinander, äh, nicht hintereinander, in dieser Saison schon. Aber ich glaube, der letzte ist schon etwas länger her. Ja, kann sein, weiß ich jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht, aber auf jeden Fall krasse Geschichte. Und, äh, jetzt kann ich noch einfach nur, denke ich mir, der Verstappen hat jetzt die 10 Siege hintereinander. Ich, äh, warte, ich muss auch nochmal eine Aussage revidieren. Ja. Das war in Spa, das ist gar nicht so lange her. Ja, okay, siehst du? Aber anscheinend lang genug, dass wir es beide nicht mehr auf dem Schirm waren. Ja, ich habe halt immer den Max ganz oben und den Pär, das weiß ich gar nicht, wo der immer. Nee, ich hatte, okay, es wundert mich, dass es so kurzfristig war. Aber egal. Ja, ähm, eine letzte Sache, Bold Prediction, ich habe es, äh, ja, irgendwie so drauf mit Vorausschauen in die Zukunft. Der Verstappen hat nach dem Sieg den hier gemacht, 10 Siege, verdient. Das Problem ist, der hat keine 11 Finger. Was macht der also? Der geht beim nächsten Sieg und dann, ich schwöre es dir, dann ist der der King. Der geht zum nächsten Sieg einfach zu Paris' Auto und zeigt auf seine Autonummer. Der hat ja die 11 als Nummer. Aber macht er nicht den hier, sondern so, auf den Red Bull. Ja, oder der kauft sich so eine gefälschte Hand, das ist ja auch sehr witzig, mit noch so einem Finger mehr. Okay, das hat vielleicht sogar noch mehr Stil. Ja. Nein, aber, ähm, ja, verdient auf jeden Fall, coole Geschichte. Und was noch viel cooler ist als Red Bull, sorry, Red Bull-Fans, ist natürlich die Scuderia Ferrari. Achso, finish first natürlich auch. Aber die Scuderia Ferrari. Und, ähm, das ist auch unser nächstes Topic. Ich, äh, bin nun mal der Mithost hier und ich entscheide auch mit über die Topics und ich wollte unbedingt Ferrari da stehen. Ja, du bist Hauptmoderator. Pass auf. Ja, ich pass auf. Wir reden über Monza, wir reden über den Italien Grand Prix, wir reden über eine Speziallivery von Ferrari und wir müssen auch über Ferrari generell reden als Team. Die haben einfach sich dieses Wochenende gedacht, Heimrennen, alles oder nichts. Die haben einen eigenen Flügel gebaut, das musst du dir mal vorstellen. Wir reden über eine Saison, die Budget Cap hat. Haben alles Geld, was die hatten, investiert. Nicht, was die hatten, aber. Ich wollte gerade sagen, in einen Flügel. Ja, du weißt, was ich meine, ja. Haben da richtig Geld reingehauen, um diesen Flügel, ähm, zu modifizieren, zu bauen. Diesen Flügel, der jetzt gefahren ist bei Monza, haben die nur für Monza gebaut. Die fahren den nirgendwo anders mehr. Zumindest ist nicht geplant. Auch keine kleine Abwenderung davon. Dieser Flügel ist nur für Monza gebaut worden. Das ist so eine schöne Geschichte, ich meine. Aber es wäre doch viel schöner gewesen, hätte die damit auch noch einen Sieg geholt. Trotzdem, das meine ich jetzt nochmal zu der Red Bull Dominanz. Die bauen einen Flügel, das musst du dir vorstellen. Ein Team baut für ihr Heimrennen einen eigenen Flügel, um ganz vorne mitzufahren. Das ist ja auch, by the way, das beste Ergebnis für Ferrari diese Saison. Also der Flügel hat anscheinend was gebracht. Aber die bauen den und trotzdem gewinnt Red Bull. Und nicht nur ein bisschen. Mit, weiß ich nicht, wie viele Sekunden, zehn Sekunden oder so Abstand. Nee, nee, es waren sechs oder so. Weil der hat ja am Ende, hat der Festhappen ja auch abgebaut. Ja, aber verrückt, oder? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das ist eine andere Liga. Nur das Ding ist, wenn die jetzt so einen Flügel nur für Monza gebaut haben, ich habe das Gefühl, der Flügel wurde dann eher so auf Highspeed-Strecke gebaut, extra. Und wir werden ja keine großartige Highspeed-Strecke mehr bekommen. Wir hätten den Bender noch für Spa nutzen können. Ja, aber der kommt zu spät. Ich wollte schon sagen, Mattia Binotto, aber der, wie sagt man, der Fred Vasseur hat gesagt, ja, ja, das lief jetzt so gut mit dem Heckflügel, wir bauen den jetzt einfach auch in Singapur auf. Da brauchst du Abtrieb, da brauchst du keine Leichenflügel. Sechs Sekunden war übrigens richtig von Max zu Peres. Zu Peres, aber nicht zu Peres. Zu Sainz waren es an elf, okay. Stich so, da war ich mir immer ein Zehn näher dran. Okay. Aber trotzdem, dass man den Flügel, also ist das Budget jetzt schon erreicht, ausgeschöpft? Ja, das kann man ja nie wissen, da musst du die Buchhalter fragen. Ja, deswegen, weil ich meine, da werden ja bestimmt trotzdem noch irgendwelche Updates kommen. Ja. Weil ich meine, alle müssen irgendwie noch Updates bringen, weil Red Bull ist immer noch auf einem anderen Maßstab. Also jeder muss sich da nicht überpassen. Ja, die Frage ist halt noch, wie du schon sagst, ist es erreicht? Wie viel können die noch bringen? Also ich denke, die werden noch was raushauen. Ja, Red Bull geht sowieso wieder ins Kreditlimit hier, ins Dispo wahrscheinlich. Und am Ende, ja und nächstes Jahr feiern die wieder Strafe. Ja, ja, ja. Das ist so ein Thema, da müssen wir uns am Ende der Saison auch nochmal drüber unterhalten, was wir jetzt zu der ganzen Entwicklung Budget Cap sagen und wie das bis jetzt geklappt hat oder nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, also jede Folge macht echt Spaß, aber ich freue mich extrem schon auf die letzte Folge, auf die Spezialfolge, die wir dann raushauen mit … Eine? Eine? Ja, vielleicht werden es auch zwei … Zwei? Ja. Okay, nicht zu viel Versprechen machen. Auf jeden Fall werden wir ja eine Folge machen, wo wir dann alle Teams und deren Fahrer mal auseinandernehmen und quasi denen so eine Art Zeugnis vergeben an jeden. Hey, wir haben noch zehn Rennen oder so. Ja, klar, deswegen, da passiert schon viel, aber ich freue mich. Wir reden weiter über mein Lieblingsthema, über Ferrari, nämlich müssen wir auch noch über meinen Lieblingsfahrer sprechen, über Leclerc. Leclerc, Bär. Und er sagt, das ist genau, wie Racing sein sollte. Er hatte so viel Spaß mit Sainz, mit Verstappen, mit Perez zu kämpfen und ich glaube, das hat man dem auch angesehen. Das war kein verzweifelter Versuch, an Sainz dran vorbeizukommen, sondern es war fair. Die haben sich fair gefaltet, auch von Sainz-Seite aus. Kein Rausdrücken, einfach vernünftig nebeneinander geracet, so wie es früher war. Und das hat mir, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen Herzklarbuster hatte, dass die sich da doch raushauen, man weiß ja nie, hatte ich dann doch irgendwie Spaß daran, mir das anzugucken. Ja, es war aber heute einfach ein richtig geiles Rennen. Also vom ganzen Rennkalender war das auf jeden Fall eines der besten Rennen. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir echt was genießen können und gerade Ferrari hat uns eine Show geliefert vom anderen Stern. Auf jeden Fall. Und die Show liegt ja auch ein bisschen an den Fans. Und man muss ja ehrlich sagen, die Tifosi, okay, du kannst nach Holland gehen. Die holländischen Fans, die sind schon loko. Die spanischen Fans, die englischen Fans sind auch crazy. Aber kein Nähr schlägt die Italiener. Die sind ja so mit dermaßen Herzblut da. Ich weiß nicht, wie viele Fernsehbilder. Warst du immer vor Ort? Nee, leider nicht. Aber ich habe so viele Fernsehbilder gesehen, tätowiert mit Ferrari, Unterschriften hier, Unterschriften da drauf. Die richtig krasse Geschichte. Und auch wenn du die hörst, auch wie schnell die da laufen auf die Rennstrecke drauf. Du kannst ja auch auf die Rennstrecken immer nachher laufen, was ich ja geil finde. Aber was ich noch geiler finde, ist das Podium, dass die von oben so runter gucken und sehen halt die ganze Menge an Leuten. Zwei Fragen habe ich. Und wo du jetzt, erstens mal, was ist Tifusi? Du sagst das so oft. Tifusi sind die, ist ja. Ist das die, die, die Fangemeide nennt man die so? Ja, man nennt so, die italienischen Fans sind dann Tifusi. Ah, okay, alles klar. Das wäre Frage 1. Und Frage 2 habe ich schon wieder vergessen. Cool. Dann gehen wir aufs nächste Topic. Und das sind deine Lieblingstopics, nämlich die Hot Topics. Oh mein Gott, das ist echt immer der Part, wo ASMR kommt, ne? Ja. Ja, hau mal raus. Du wolltest dringend über unseren verlorenen Deutschen sprechen. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen, ich meine, wir reden fast immer über Mick. Und wir hatten ja auch in letzter Folge schon gesagt, dass Guy auch jetzt über Mick und Williams da ein bisschen, ne? Genau, dieses Format Peter Hardenecke trifft, ne? Ja, genau, das kam dann und hatte dann ein sehr interessantes Interview mit Mick Schumacher, wo Mick Schumacher dann auch mal über den, über unseren Piep, das müsste man eigentlich piepen, dass ich das jetzt sage, über den Steiner gesprochen hat, ne? Oder gebasht hat im Grunde, hat er ja, ne? Der hat halt auch mal austeilen dürfen, der Mick, weil da ging es ja auch darum, ich meine, über Günter Steiner, der hat ja schon viele Interviews geführt, wo es immer um Mick ging und dass er seine Leistung nicht bringt und alles mögliche. Und dass wir da nicht drauf bauen können, wir brauchen einen Fahrrad mit Leistung und wollen keinen irgendwie aufbauen oder Geld investieren, etc. pp. Ja, das ist der Führungsstil, der echt fragwürdig war, ne? Ja, genau. Zur Zeit von Mick. Also so geht man mit einem Rookie ein. Ja, weil der Mick hat das ja jetzt gesehen mit Teamchefs wie Toto oder auch bei McLaren und bei Williams, die hat der ja auch, der arbeitet ja mit allen sehr intensiv zusammen. Ist ja der Ersatzfahrer. Genau, und jetzt kriegt er das ja erstmal mit, wie es ist, als Fahrer unterstützt zu werden von einem Team, aufgebaut zu werden und ja auch gepusht zu werden. Und ich fand es mal schön zu hören, wie er halt auch wirklich über den Steiner denkt, weil ich meine, immer wieder hat er sich immer zurückgehalten, hat nichts gesagt und so, weil ich meine. Weißt du, was ich am Interessanten fand, wo er diesen Spruch gebracht hat, also wo er seine Aussage getätigt hat in Saudi-Arabien, da kann ich Mick 100% nachvollziehen. Ach, wo der seinen Unfall hatte. Ja, der hatte so einen heftigen Unfall, weißt du, und du kommst in die Garage, er ist froh, dass es ihm gut geht. Ich meine, ohne jetzt, wie sagt man, respektlos zu sein. Es gab ja echt schon in den letzten Jahren auch heftige Unfälle in der Formel 1. Ja, allein Ju zum Beispiel, kopfüber, das hätte auch sein Leben kosten können. Grosjean. Ja, und dann hat der Steiner nichts Besseres zu tun, als sich über die Materialkosten zu beschweren. Alter, es geht um Leben. Deswegen will ich ja den Steiner keine Plattformen hier bieten. Also da denke ich mir, und da verstehe ich Mick, also er hat ihn zwar nicht direkt namentlich erwähnt, was ich übrigens auch klasse fände. Er macht das halt professionell, der Mick. Sehr professionell, für sein Alter, sehr, sehr, sehr professionell. Aber einfach eine krasse Aussage und ich habe ihn da echt gefühlt. Also stell dir mal vor, du hast so einen heftigen Unfall, dir geht es echt, dir geht es ja auch nicht gut nach so einem Unfall. Du bist ja nicht so, okay, dann steige ich jetzt aus und alles ist okay. Sondern du musst dich erst mal schütteln und realisieren, boah, ich bin noch am Leben, alles ist noch dran, alles ist okay. Ja, du bist ja auch wahrscheinlich in so einer Schockstarre. Ja, und er sagt auch, scheiße, schon wieder eine Million am Auto weg. Wie unmenschlich ist das, ne? Ja, krass. Also wenn das wirklich so passiert ist und ich glaube dir Mick jetzt mal, dann zeigt das halt, das spiegelt dann den Günter Steiner echt gut wieder, wie ich den halt auch so vom Schirm habe. Aber bleiben wir noch bei Mick. Ja. Wir hatten auch ein interessantes Interview vom Toto Wolf, der dann auch ein bisschen Einblick geben konnte über die Situation bei Mick, wie das jetzt mit den Cockpits ist. Ja, dass alle Türen zu sind. Alle Türen sind zu, so seine Aussage. Deswegen an die Mick-Fans, wir brauchen uns eigentlich nicht großartig Hoffnung machen. Ich hatte ja auch schon gesagt, wenn Sargent jetzt so weiter, ich denke mal, die bauen jetzt auch erstmal drauf, ne? Die haben da, ja, ach, was soll ich sagen, ne? Also, ist halt schade. Aber er gibt halt immer noch sein Bestes, ne? Im Simulator gibt er alles und sowas, der wird auf jeden Fall nicht vergessen, der Mick. Ja, Simulator ist halt nicht dasselbe, ne? Nein, nein, für ihn nicht, aber er gibt sich halt Mühe. Auch zur Vorbereitung nicht. Ja, aber er gibt sich ja Mühe. Nächstes Jahr kein Rennauto sitzt, dann wird es auch immer schwierig. Nein, aber ich will ja nur sagen, der Mick ist ja aber trotzdem präsent und sein Ziel bleibt bestehen. Das finde ich auch sehr geil. Und jetzt hat er genau das falsche Team erwischt, war aber damals sein einziger Shot, in die Formel 1 zu kommen. Und ist jetzt endlich angekommen in einem Team, was ihn unterstützt und jetzt gibt es keine Plattform. Es wäre ja schade für ihn, ne? Weil ich meine, er ist ja präsent. Wie gesagt, auch Simulator ist jetzt nicht dasselbe, aber das Team hinter ihm, also steht halt hinter ihm. Absolut. Und die wissen halt, dass wir den Jungen haben und wenn irgendwie Not am Mann ist und es wird ein Cockpit frei, ist der Mick da. Ja. Ja, jetzt, wer da war, war auf jeden Fall auch der Sainz, aber was nicht mehr da war, war seine Uhr. Nämlich, ihm ist die Uhr gestohlen worden. Die schöne Richard Mill wert, keine Ahnung, 300.000 bestimmt. Auf jeden Fall. Ich habe mich gewundert. Ordentliches Stück. Ich habe mich gewundert, dass sowas in Italien passiert. Ja. Ja, das in Barcelona hätte ich mich nicht gewundert. Das passiert überall auf der ganzen Welt und ich sage mal, das ist so passiert, er ist aus dem Hotel rausgekommen, ihn haben zwei Leute angequatscht, haben sich als Fans ausgegeben. Der eine macht hier ein bisschen, ne, so Antänzermäßig, ja und wie geht's dir und schön, das können wir ein Foto machen. Aber schlecht, weil er hat es ja gemerkt, der Sainz, ne? Ja. Er ist ihm hinterher gelaufen, er hat ja einen fassen können, das waren insgesamt drei Warns. Er hat einen wiedererkannt, der andere hat ihm auf jeden Fall die Uhr aufgezogen, zwei oder drei, keine Ahnung. Nein, waren es. Und einer hat er wiedererkannt und die anderen zwei sind durch Passantenhilfe dabei gekommen. Genau, genau, sind auf jeden Fall alle erwischt worden. Er hat sich dann mal kurz gedacht, Carlos Sainz, James Bond, ne, in königlicher Majestätdienst, ich hole mir jetzt die Verbrecher, ne, läuft den da hinterher, hat das hingekommen. 300.000 Euro, ne? Ja, das lohnt sich ja auch, da hinterher zu laufen. Ja, ich meine 300.000 Euro. Aber ich sage mal, das ist ja auch komikerweise, das verstehe ich nicht, warum das immer wieder passieren kann, das ist ja genauso auch Leclerc passiert und das ist tatsächlich auch Norris schon passiert. Ja, aber mit Leclerc, da wollte ich ja dazu sagen, das ist in Barcelona passiert und Barcelona ist, das ist normal. Also jeder, der in Barcelona durch die Stadt läuft und dem wird das nicht. Doch, doch, in Barcelona ist das normal. Das kannst du googeln. Die meisten Raubüberfälle auf der ganzen Welt passieren in Barcelona. Aber trotzdem. Rufendiebe ist Barcelona bekannt. Pfui, ihr Leute. Vor allen Dingen, dass sie das stehlen, ich glaube, die sind doch extra personalisiert für die Fahrer. Wie dumm, die kannst du eh nicht verkaufen, die Uhr. Bei wem war das denn nochmal, dass sie da die Kopfhörer geklaut haben? Das war doch auch bei Alonso oder bei Vettel? Die haben so viel Safety, so viel Sicherheitsleute und dann klauen die immer irgendwas. Also, naja, auf jeden Fall. Als ich, warte, kleine Anekdote, so eine kleine Story, ne? Ja, auch mal aus der Story. Ich war ja beruflich mal mit der Arbeit, waren wir in Barcelona, haben auch Formel 1 geguckt. Und da hast du auch eine Richter mit. Nee, bei uns wurde halt das Auto komplett aufgebrochen. Da wurden die Scheiben eingeschlagen, weil wir nur eine Laptoptasche auf dem Beifahrersitz liegen hatten. Also, das geht da ruckzuck in Barcelona. Aber das ist nicht nur Barcelona, das kannst du nicht sagen. Da sind so viele große Städte. Natürlich, klar, in anderen Ländern passiert das natürlich auch. In Paris zum Beispiel und so weiter. Naja, es ist auf jeden Fall eine doofe Geschichte. Da müssen wir mal gucken oder die Formel 1-Leute und das Team muss gucken, dass es auf jeden Fall weniger passiert, weil es tut ja auch keinem gut und kann ja auch echt gefährlich werden. Du weißt ja nicht, wem du da hinterherläufst, ne? Aber gut, letztendlich ist das keine Sache für uns. Da müssen sich dann andere Leute drum kümmern. Wir kümmern uns jetzt um unseren nächsten Hot Topic, nämlich um den Mattia Binotto. Der ist nämlich im Paddock gesichtet worden. Unser alter bekannter, ehemaliger Ferrari-Teamchef und vorher Ingenieur unter Schumacher-Zeiten ist jetzt wieder im Paddock, obwohl die bei Ferrari rausgeschmissen worden ist. Bei welchem Paddock? Dunkel, Formel 1, aber dunkelblaues, ähm, dunkelblaues T-Shirt, also keinem Team zugehörig. Aber eine Sache war sehr interessant. Da waren Netflix-Kameras. Und wenn da Netflix-Kameras sind, dann ist da was im Busch. Drive to survive. Genau, und was wird der in der Kamera sagen? Da bin ich wieder. Ja, genau so, wie das in den letzten Malen auch so war, wenn ein Fahrrad zurückgekommen ist. Drive to survive. Und ich bin mir so sicher, die sind nur da, weil das Gerücht, was wir schon vor drei, vier, fünf Podcasts her gedroppt haben, ist ja gewesen, dass er neuer Teamchef von Alpine wird. Deswegen habe ich die gefragt, woher wurde der gesichtet? Der wurde einfach nur im Paddock gesichtet, aber nicht bei Alpine. Also in keiner Box oder mit keinen Leuten zusammen? Nein, wäre ja zu offensichtlich. Ja, genau. Aber ich bin mir jetzt noch sicherer, dass der auf jeden Fall neuer Alpine-Teamchef wird. Zumal die anderen Teamchefs ja rausgeflogen sind. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Entscheidung von Alpine ist. Ja, die brauchen auf jeden Fall eine Führungsriege. Ich meine, ohne Zaffnauer. Oder die haben ja aktuell gar keinen irgendwie. Nein, nein, nein. Deswegen, da sollte halt. Und Binotto, warum nicht? Ja, warum nicht? Warum nicht? Drive to survive. Keine Ahnung, ich finde das witzig. Okay, aber wir tust so, als wäre das so eine Kinderserie. Ja, nee, also so Beverly Hills 90, 210 mäßig so. Werden wir Alpine dann demnächst mit dem Mattia Binotto sehen? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass der Max siegeshungrig ist und wahrscheinlich aus den 10 Siegen 11 Siegen machen möchte und das schon im nächsten Rennen in Singapur. Kommen wir zum Topic 5. Genau. Vorschau Grand Prix Singapur. Oh ja. Ja, die Fakten. Erstmal zu den Fakten. Das ist ja eine neue Rubrik, die wir eingebaut haben. Ich hoffe, die gefällt euch. Wenn nicht, wir lassen es trotzdem so. Wir haben ja auch was zu bestimmen. So, der Sieger im letzten Jahr. Jetzt haben wir ein Statement, hör mal. Der Sieger im letzten Jahr. Wer war das? Sergio Perez. Sergio Perez, genau. Weil ich gut lesen kann und weil es hier steht. Ich hätte es tatsächlich nicht gewusst, muss ich sagen. Ja, aber wenn man einfach mal so die Frage in den Raum wirft, dann denkt doch jeder direkt erst mal an Max. Max. Aber dass es ein Red Bull war, das war schon ziemlich klar. Großer Abtrieb ist auf der Strecke immer notwendig. Viele Kurven, sehr viele Kurven bedeutet viel Abtrieb. Autos, die super Kurvenlage haben, ist momentan einfach Red Bull. Aber wenn du jetzt sagst Red Bull, dann wirst du dir nicht denken, wo Max damals gelandet ist. Da hat es nämlich nur auf P7 gereicht. Also auf dem P7 den Max zu sehen. Da ist sicher irgendwas passiert. Ja, der hatte einfach nur mal einen Fahrfehler, hat er da reingehauen. Echt? Ja. War das nicht die Zeit? Max und einen Fahrfehler. Ach, da hat sich doch die WM sogar verzögert. Ja, genau. Ja, der hätte doch da schon Weltmeister werden können. Der hätte da schon Weltmeister werden können, aber einen Fahrfehler hat die ganze WM verzögert. Ja, ja. Verzögert und nicht vernichtet. Nee, aber dennoch vielversprechend, vielleicht liegt ihm die Strecke ja auch gar nicht. Vielleicht sehen wir dieses Mal auch wieder. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine Statistik, wie die anderen Jahre waren, aber er hat was aufzuholen, sag ich mal, zum letzten Grand Prix. Übrigens eine Strecke, die eigentlich in der Regel ja nicht Monaco-like ist, aber auch schwer zu überholen, aber trotzdem voll auf meiner Liste steht, Bucket List, wo ich mal hingehen möchte. Geil. Erstens Singapur, geile Stadt, vom Aussehen geil, Marina Bay, geil, Hotel da hinten mit diesen zwei Säulen und dann in der Mitte so diese Brücke mit dem Pool, geil, 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 aber ein Nachtrennen und ich liebe ein Nachtrennen, das sieht so geil aus, wenn die beleuchtet da durchknallen, ich bin so auf Las Vegas gespannt. Und dennoch, vor allem auch, wir haben hier ein Nachtrennen und es herrschen trotzdem nachts auch krasse Temperaturen. Ich meine, wenn die Fahrer da unterwegs sind oder sowas, die müssen echt viel Flüssigkeit, die müssen auf ein Rennen ungefähr fünf Liter zu sich nehmen. Ja, ich habe mal gehört, die verlieren so drei, vier Kilo pro Rennen, muss ich mir überlegen, pro Rennen, das Rennen geht zwei Stunden oder was? So schnell will ich auch gerne abnehmen wollen. Erstens machen wir ein Nachtrennen, wir haben einen Straßenkurs, wir haben also wenig Auslaufzonen, das heißt anspruchsvolle Strecke. Kann viel passieren, klar. Plus anspruchsvolle Bedingungen, die Hitze, die Flüssigkeit, die man verliert, das Gewicht, wie du schon erwähnst. Ja. Also das wird auch... Safety Car geben. Safety Car Phasen, schönes Stichwort. Es gab noch kein Rennen in Singapur, was ohne Safety Car gefahren wurde. Ne. Mindestens immer ein Safety Car war dabei, was halt auch schon mal viel Versprechen ist für das nächste Wochenende. Nächstes Wochenende? Ne, stimmt gar nicht, für das nächste Grand Prix. Und in der Geschichte des Preises von Singapur hat noch kein Team einen Doppelsieg gefahren. Auch sehr interessant. Dann wird diese Geschichte sich jetzt verändern. Meinst du? Ja, Red Bull macht das. Ein, zwei. Beide? Ja, klar. So wie jetzt? Klar. Perez haut jetzt einen raus. Der hat jetzt wieder Podium geschnüffelt, jetzt ist der wieder da. Schauen wir mal. Wer soll den denn? Glaube ich nicht. Ja, Perez kann ja auch einen tschechischen Tag haben. Oder wie gesagt, vielleicht liebt Max die Strecke. Ich glaube, dass McLaren wieder stark sein wird, aber der Perez macht das. Schauen wir mal. Und als letztes habe ich noch die Renndauer. Wir haben hier ein Fenster ja von zwei Stunden. Länger darf ein Rennen ja nicht gehen. Und das wird immer ganz knapp angekratzt. Und das wird fast immer ausgereift. Ausgereift? Ausgereizt. Ausgereizt. Ja. Okay. So, wir sind ans Ende gekommen von der heutigen Folge. Diesmal nach dem super tollen und richtig, wirklich schön anzusehenden Formel 1 Grand Prix in Monza. Absolut. Sind wir jetzt soweit und müssen uns leider wieder mal verabschieden. Wir nehmen immer montags auf und am Mittwoch kommt die neue Folge. Das heißt, nicht nächsten Mittwoch, sondern natürlich immer der Mittwoch nach dem letzten Grand Prix. Es sei denn, ihr habt eine Spezialfolge. Um die nicht zu verpassen, solltet ihr auf jeden Fall unsere Glocke aktivieren und unseren Kanal abonnieren. Und gebt uns gerne auch ein Like. Auf jeden Fall nach oben. Bitte nicht nach unten. Und wir müssen eine Sache noch sagen. Nämlich, wir hören immer auf euch. Aber hört ihr uns auch. Nämlich, wo könnt ihr uns noch hören? Ja, hören könnt ihr uns auch auf Spotify und allen Podcast-Apps, die es so gibt, so sämtliche Plattformen. Bewertet uns auch bitte auf Apple Podcast oder Podcast Addict für Android-Geräte. Das bringt uns in den Charts hoch und ihr hilft uns damit ungemein. Auf jeden Fall. Und wir kriegen auf jeden Fall viel mehr Reichweite dadurch. Und wenn wir mehr Reichweite haben, geben wir gerne was zurück. Überleg mal, wir sind im ersten Jahr. Aber wo zurückgeben? Genau, wir sind im ersten Jahr. Wir haben die 79 Abonnenten. Und wir wollen auf jeden Fall die 100 definitiv noch schaffen. Und da haben wir was vorbereitet. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben ein Pop Racing Max Verstappen Collectors Edition. Diese Pop Racings bzw. Pop Figuren, die gibt es von allen Stars. Also richtig cool. Und wir haben gedacht, das ist doch was Schönes, was wir zurückgeben können. Die sind tatsächlich limitiert. Und wir durften einen davon jetzt verlosen. Und einer von euch kann hier tatsächlich diesen Max Verstappen gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist uns dringend zu helfen, dass wir die letzten 100 auf die 100 Abonnenten kommen. Und dann hoffentlich nicht die letzten, sondern immer mehr. Und sollten wir die 100 geschafft haben, ob wir jetzt 101, 115, 120 haben, in dem Moment, wo die 100 erreicht sind, werden wir dieses Gewinnspiel auf Instagram und auf Facebook ankündigen. Ihr dürft uns dann gerne auch da folgen. Und euch unbedingt, wenn es dann soweit ist, unten reinschreiben in die Kommentare, dass ihr gerne den Verstappen gewinnen wollen würdet. Und ihr seid schon dabei. Also einfacher geht es nicht. Abonnieren klicken, Freunden empfehlen. Und bis dahin sagen wir Adios. Ciao.